Wir haben Transformationen in Nachhaltigkeit, im Bereich der Digitalität, die Wirtschaft verändert sich. Wir haben riesige Nachwuchsprobleme, Fachkräftemangel. Es gibt für mich überhaupt keine Alternative zum Fördern von jungen Menschen, damit sie eben auf diese Herausforderung vorbereitet sind, dass sie sich rechtzeitig damit beschäftigen. Und das Potenzial, das merkt man auf diesen Makertons jedes Mal, ist gigantisch, was da an großartigen Ideen und Lösungen von den jungen Leuten bekommt. Das muss man meiner Meinung nach fördern und das freut mich sehr, dass die ganze Firma, die Moore Elektronik das genauso sieht. Was toll an dem Makertons ist, wir haben Kolleginnen und Kollegen aus allen Bereichen des Unternehmens dabei, zu sehen, wie eigentlich auch bei uns alles ineinander greift, was man im Alltag vielleicht nicht immer so spürt und merkt. Hier auf dem Makertons, wenn wir mit den Teams zusammenarbeiten, stellen wir fest, dass wir eben Hand in Hand Kompetenzen mitbringen, die den Teams weiterhelfen, Probleme zu lösen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.